Katze? Ja? Du bist ein Opportunist. Ich... Ich bin ein was? Du bist immer meiner Meinung. Das ist überhaupt nichts wahr! Das ist... Komm, sag mal... Was ist denn? Was ist denn? Die Sonne scheint! Stimmt nicht! Das ist nicht meine Meinung! Die Sonne regnet! Der Mond scheint! Richtig! Auch nicht richtig! Das ist nicht richtig! Nein, nein, nein! Der Wolf ist schön grau! Das ist auch nicht richtig! Der ist grün oder so! Das ist nicht meine Meinung! Siehste? Was hast du überhaupt an? Hm? Dieses Rüchenkleid? Rosa? Was ist das? Nicht? Ich hänge... Dass die Kuh immer ihr Fähnchen so in den Wind hängen muss! Das kann mir nicht passieren! Ich habe Hufe! Ich habe uns wirklich einen tollen Wind schenken. Sag mal! Geht's noch? Sag mal! Ha! 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 So! Jetzt schlägt's aber Treize! Jetzt geht's aber los! Was ist denn hier los, Frau Katze? Sie können doch die Kuh nicht zu ärgern.